Pünktlich zum 2. Advent erleuchtete vor der Kirche das 4. Türchen im nagelneuen Hermsdorfer Adventskalender. Er ist eine der ersten Aktionen des in diesem Jahr gegründeten Vereins Hermsdorf erleben und bereichert das Miteinander in der Vorweihnachtszeit. Auch das Chorsing am 2. Advent bot eine gute Gelegenheit, gemeinsam die Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu erleben. Der Kirchbauerverein Hermsdorf hatte dazu wieder die Chorgemeinschaft Schweppnitz-Kusel in die weihnachtlich geschmückte Kirche eingeladen. Auf dem Programm standen sowohl weltliche als auch christliche Weihnachtslieder, die der Chor zum Teil gemeinsam mit den Gästen sang.